Ja, und weiter geht es jetzt mit Hitman Absolution, und zwar mit dem achten Let's Play mittlerweile. Yeah, Saints Row mäßig. Passt ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sofort da runterschmeißen von der Klippe. Und das bedeutet, dass du einen neuen Mann auf der inneren Seite brauchst. Am I right? No, Bertie, you're not right, because, see, I got the girl. And that means I don't really need you now, do I? Wait, 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 now be cool, man. Come on, please, listen. Look, you don't understand. You want the highest bidder? Then you need me to engineer the drop. That's what I do, man. Oh, Bertie, you think I can't make a simple trace on your phone call? Sick! Der hat einen schicken Hut. Die Angelegenheit! Die Angelegenheit? Sie sagen, dass die Angelegenheit mit Victoria verbunden ist? Deine sie weg. Diese sind sehr gefährlich, Mann. Wenn Sie sie überraschen, werden Sie Sie finden. Aber wenn Sie mich als mittleren werden, können Sie nicht sehen, ob es genug für sie haben, um zu machen zu machen? Die Angelegenheit! Sie sehen, Sie müssen sie Millionen verdienen. Millionen! Ich nehme meine Chance. Oh, Sie sind gut diese Zeit, Bertie. Sie sind sehr hilfreich. Aber wenn ich Sie Ihren Weasel wiedersehen, dann werde ich Sie hier, neben den Founding Fathers. Ich kann Ihnen das sagen. Sie wissen, ich werde. Ich bin cool. Ich bin cool. Tja. Das ist, wenn Verräter sich zu weit aus dem Fenster dehnen. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Oh, Hoffnung. Hoffnung ist immer gut. Hoffnung gibt Hoffnung. Oder... Hoffnung. Hoffnung. Lenny bringt Hoffnung. Ich bin ein Poet. Ich bin ein Poet. Welcome to Hope. Part 2. Oh, wie viele Teile gibt's denn? Ich mein, irgendwo mal gesehen zu haben. Part... 9. Wow. Hier habe ich mir aber eine Mega-Gelb angezeigt. Ja, ist ja schon okay, Leute. Hier ist ja schon. ... Wow. ... ... ... Dann tarnen wir uns doch mal als Polizist Polizist sein ist ja nie das schlechteste Hä? Auf Knopf, Druck, eine Schlägerei Das ist doch mal geil Ja, jetzt haben wir da erstmal Ablenkung, aber wir gehen trotzdem auch noch gleichzeitig hier durch Dann haben wir nämlich alle Wege abgedeckt, die hier möglich waren So, was wollen wir denn hier Hier haben wir Munition Und oh, da haben wir schon wieder eine schöne Waffe Die kann man immer gut gebrauchen Beweise Auch gut Ach ja, das sind die Beweise Dass man hier Irgendwas gestartet hat Sogar hier drinnen ist die Prügelei Ja, ist cool Ja, ich bin schon cool Das ist eine Bahn nach meinem Geschmack Ich arbeite hier, okay? Und ich habe noch nicht mal eine Schießerei angezettelt und das war's Ja Ähm, gut Dann Würde ich mal sagen Bis zum nächsten Let's Play Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal